Da war ich dann nicht. Ich spiel kann man gerade eben. So. Da ist wieder frei. Freddy? Ja? Was war dieses Countdown gerade eben? Naja, dass ich kurz weg war. Warum hast du eine rausgesprungen? Es gibt ja von TikTok eigene Pausen, die man einrichten kann und die gehen immer nur 5 Minuten. So geil. Ja. Aber es gibt so viele Streamer, die einfach gar nichts machen und damit tausend von Abonnenten betreffen. Ey, ja, ich weiß. Die gucken einfach nur in die Kamera, ja. Warte mal kurz, meine Mutter. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist das Nervigste, ne? Und das Schlimmste ist noch, wenn sie genau neben dir... Schüttel? Haben wir einen Geflogen? Die Mutter? Ich bin direkt im Finish. Hol' ich dann noch nicht. Ich bin die Mutter, die noch 10 Meter entfernt ist. Ja, genau. 1, 2, 1, immer. Und das Fink ist leicht? Low? 8,50 Low? Ey, bitte stirbst. Oh, du Drecksgegner. Komm her. Du geiles Schmaio. Du geiles Schmaio. Alter, ich... Was zum Tieflobber ist, glaube ich. Hast du in sein Gesicht gesprungen? Hat einer von euch zugeschaut? Nee, aber ich habe gar nichts kartet, während ein Bus ist. Ah, ich bin ein Bus. Ja, ich bin auch ein Bus. Oh, ich habe schon 6 Skills. Geiles Schmaio. Boah, shit, die kommen alle in. Oh, wir waren zu dritt, Alter. Das kann nicht wahr sein. Nee, du hast noch einen Shot, komm. Mann. Ich bin gerade in meiner Prime. Oh, mein Bett. Jetzt meine Schnibbel, die schnappt. Oh, ich dachte gerade, ihr seid alle tot. Oh. Der muss gerade wie ein GTA halten. Nein, wir haben uns gleich wieder gekillt. Hier kann man liken, genau, beitreten, liken, teilen. Und am besten ohne... Ich habe eine Münze bekommen. Hier, Freddy, der kriegt sie was. Ich muss mir jetzt was Gutes aussuchen mit dieser alten... Ey, Freddy, weiß ich. Du hast erstmal ein Eis auf meine. Erstmal ein Fingerhirt auf meine. Oh, danke dir. Nein, da kommt Gegner. Shit, du hast doch einen Sniper, Alter. Ich muss doch erstmal auf Renge. Ah. Digga. Probierst du dich schon drauf, probierst du dich. Ach ja, ähm, der, äh, für, äh, als Randinformationen für alle, die gerade zuschauen und, ähm, manchmal genauso planlos sind, und, ähm, wenn du dich schon drauf hast. Ey. Man... Digga, nein. Ich hasse... Im Fortnite-Shop... ... 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 Ich hab's ja eh schon gemacht, aber ja, ich hab's ja eh schon gemacht. Aber ja, ich hab's ja eh schon gemacht. Was geht dann? Was geht dann? Hey, Kuba. Könntest du gleich kurz die Sniper ab? Für zwei Minuten? Wie hast du mich gelangt? Kuba. Keiner kann's ausdrücken. Der Kollege von mir ist Jakob. Und dann Paul ist halt Kuba. Deswegen... Das ist ja ein Schwachro. Danke, wir sind wiederholen. Kuba. Kuba. Also, alles Falsche. Danke, danke. Ich hab' mich auch verfehlen, aber ich hab' ne Einstellung. Oh, ich muss ganz kurz pinkeln. Zwei Minuten. Yo. Wer von euch hat sich grad abgemeldet? Äh, Luka, ne? Ja. Okay. Ich treff' nichts auf... Vor allem, du gehst da pinkeln, wo ich auch so in real life pinkeln würde, tatsächlich. Ja. Schön in die Ecke gepinkelt. Äh. Das würde jeder machen, glaube ich. Ja. Ich stell mich eigentlich immer in die Ecke. Nicht an irgendeine Wand oder so. Außer Tau, sag ich aufs Klo. Boah, das kann... Ach, gestummt oder so. Ich hab' ja zwei Videos bei dir gesehen, wo du, äh, Asking Antin. Pitchco. Ja. Also, das war beides eigentlich, machst du das nicht, aber... Nee. Ich mach's eigentlich nicht, nee. Aber... Ja, Junge. Du, wenn, wenn, irgendwie, irgendwann ganz Deutschland schläft und nur noch einer da ist und der den, den, den Wunsch hat, oder mir ne geile Map zeigen will, dann bin ich auch mal... So freut dich schon, lass ihn mit mir spielen. Ja, naja, vor allem ein bisschen üben und so, kann ja auch ganz geil sein. Ja, da trainierst du halt auch dein Leben. So schlecht war ich mir auch wieder nicht, ne? Ja, ich hab dir was zugegeben, ich hab dir was zugegeben. Ich hab mir was zugegeben. Ich hab mir was zugegeben. So wie jetzt auch. Was war das denn? Hallo, du hast dich dann nicht voll gebessert. Ja. Weil, als wir Anfang gespielt haben... Ich werd' nicht schlecht da. Dann war's jetzt nicht so gut. Puttermaßig. Oh, 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 oh. Jetzt können wir ihn mal als Regel einführen, man kann nur auf Spanisch fluchen, danke. Echt? La puta madre. Ja, das hat er ja gerade selber gesagt. Na ja, bis TikTok mir angezeigt bekommt, dass alle meine Spanische zugegeben sind. Arabisch? Wie viel Kronen sie da hat, wird es eigentlich? 55. Äh, Freddy? Ich hab irgendwie 10 oder so. Aber 10, scheiße. Nein, nee, das ist besser. Verflixt und zugenäßt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Das ist doch einer, das ist doch einer. Ich geh krissen. Hallo, Freddy, ich hab noch nie gedacht. Verflixt und zugenäßt. Ah, ah, ah. Verflixt und zugenäßt. Der kam zu den... Nein, also ich... Oh Gott. Nein, schade, nein. Der dreckige... Der dreckige... Ei, 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 ei. Der wird ja zu ihm Brust. Der wird ja zu ihm Brust. Dieser dreckige Steckdosenbefruchter. Na hör mal. Ein Steckdosenbefruchter ist doch keine Beleidigung. Alles gut. Freu mich. Freddy freut dich. Ich hab jetzt auch im Auto gekillt. Hier. Was dafür, dass du Freddy gekillt hast? Was dafür, dass du Freddy gekillt hast? Dann dran. Freddy. Ja, die letzten zwei. Das hier. Was war? Quick! No! Los, go! Na, 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 ich bin dead, ich bin dead. Nein, das stimmt nicht. Er ist quick, er ist quick. Dead. Oh mein Gott. Jungs, Jungs. Sie quick! Oh! Yes! Ah, ich wollte gerade meine Edits flexen, scheiße. Ja, geil, ich muss gerade auch Edits flexen. So geht das ab hier. Ja, machen wir weiter jetzt. Gut gemacht. I don't miss!